Und jetzt das Heute-Journal mit Hanna Zimmermann und Christian Siebers. Einen guten Montagabend Ihnen allen. Ein Dach überm Kopf, das gehört zu den absoluten Basis-Notwendigkeiten für uns Menschen. Bezahlbares Wohnen halten die Parteien durch die Bank für die soziale Frage des 21. Jahrhunderts. Und deshalb steht das Gipfeltreffen beim Kanzler in Berlin heute am Anfang dieser Sendung. Ob es auch erfolgreich wird, ist damit nicht gesagt. Fakt ist, Deutschland hat gleich mehrere Probleme, wenn es um bezahlbare Wohnungen geht. Die Mieten steigen rasant und es wird viel weniger neu gebaut, als nötig ist und vom Kanzler versprochen wurde. Die Immobilienbranche fordert massive staatliche Hilfen. Sie bekommt einen 14-Punkte-Plan und ein Schlagwort aus der PR-Schmiede der Bundesregierung. Bündnis bezahlbarer Wohnraum. Um was es dabei geht und was die Reaktionen sind, wir beginnen dazu mit Bernd Bentin aus Berlin. Noch drehen sich die Kräne, noch wird gehämmert, gesägt und gestemmt. Aber wie hier in Mainz stecken viele Wohnungsbaugesellschaften im Krisenmodus. Bauen wird immer teurer, Fachkräfte immer seltener. Die Branche warnt vor Stillstand und Wohnungsnot. Seit neun Monaten explodieren nun die Zinsen. Wir haben nicht mehr 1% Zinslage wie noch vor einem Jahr, sondern mittlerweile 4%. Das bedeutet, die gesamte Wohnungsbaubranche in Deutschland hat eine Vollbremsung hingelegt, steht nun vor dieser Unfallstelle und niemand weiß, wie es weitergeht. Der Bundeskanzler wollte auch Baukanzler sein, hatte dafür extra ein neues Ministerium geschaffen, eine neue Ministerin ernannt und im Wahlkampf 2021 ein ehrgeiziges Ziel formuliert. Wenn ich sage, was wir hinkriegen wollen, ist, jedes Jahr 400.000 Wohnungen zu bauen. Mit diesen 400.000 hat es noch nie geklappt. Bei weitem nicht. Schon die Hälfte könnte schwierig werden. Deshalb heute Wohnungsgipfel im Kanzleramt. Die Regierung bringt der Branche ein Maßnahmenpaket mit. Wir präsentieren Ihnen heute 14 Maßnahmen, die viel verändern und viel möglich machen. Mehr Menschen werden sich mit unserer neuen Förderung ein Haus, ein bestehendes oder ein neues kaufen können. Und darum geht es konkret. Die KfW-Förderung von Baukrediten soll erhöht und leichter zugänglich werden. Haushalte mit bis zu 90.000 Euro Jahreseinkommen können die Kredite jetzt bekommen. Ein verschärfter Energiestandard für Neubauten wird gestrichen. Damit entfallen Kosten. Und auch für eine Sanierungspflicht zum Energiesparen will sich die Regierung nicht mehr einsetzen. Von Teilnehmern aus der Wohn- und Baubranche kommt vorsichtiges Lob. Unsere Erfahrung der Regierungsarbeit in den vergangenen Monaten oder in den vergangenen zwei Jahren war ja, dass dann vieles angekündigt und vieles dann wieder zurückverhandelt wurde. Ich denke, diesmal waren die Aussagen so klar, dass es wirklich kommt. Und viel, viel wichtiger noch, dass wir nicht die nächste Schippe Baukosten oben drauf kriegen. Die Branche hatte im Vorfeld die Trendwende herbeigesehnt. Experten aber haben Zweifel, ob die 14 Punkte den Trend wirklich wenden können. Das wird vom Volumen her einfach nicht ausreichen. Wenn man wirklich Effekte erzielen wollte, wäre eine Möglichkeit, dass der Staat die Sache selber in die Hand nimmt, durch die öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften als Bauträger selber Immobilien errichtet und später vermietet. Immerhin, so sagen es Gipfel-Teilnehmer, gehe etwas voran beim Thema Bauen. Der Weg aus der Krise aber sei noch lang. Kai Warnecke vertritt den Eigentümerverband Haus & Grund. Interessengemeinschaft also von privaten Haus-, Wohnungs- und Grundstückseigentümern. Guten Abend, Herr Warnecke. Guten Abend, Herr Sieweis. Sie haben heute abgesagt beim Kanzler. Sie waren nicht mit dabei. Hätten Sie nicht vor Ort mehr erreichen können als in der Schmollecke? Ich glaube nicht, dass wir in der Schmollecke waren und wir hätten vermutlich auch nicht mehr erreichen können. Sie haben es ja gesehen, der Bundeskanzler ist vor dem Wohnungsgipfel, vor die Presse getreten und hat vorab verkündet, was die Ergebnisse sind. Das heißt, hinterher hat man eigentlich nur noch auf einem Kaffee zusammengesessen. Ergebnisse gab es da gar nicht mehr zu planen. Ja, Sie sagen, es gab nur einen Kaffee. Aber die, die dabei waren, also auch aus der Immobilienwirtschaft, die loben das Paket jetzt als umfangreicher als gedacht und als, Zitat, neuen Realismus. Der besonders strenge Energiesparstandard EH40 ist vom Tisch. Zwangssanierungspläne auf EU-Ebene hat die Bundesregierung eine Absage erteilt. Da war also doch was dabei, was doch auch Sie fordern, oder? Absolut. Dass der EH40-Standard jetzt nicht kommt, ist ein sehr gutes Signal. Das Gleiche gilt auch für die Zwangssanierungspläne. Das hat Frau Geiwitz übrigens schon vor Monaten angekündigt. Aber Robert Habeck hat es hinter ihrem Rücken stets weiter verhandelt. Insofern müssen wir noch mal abwarten, ob der Kanzler da wirklich hintersteht. Aber man muss eins sehen. Was da beschlossen wurde, bedeutet, dass es nicht zu weiteren Verschärfungen und nicht zu neuen Kosten kommt. Aber es bleibt eigentlich beim Status quo, weil ja nur für die Zukunft etwas verhindert wurde, aber nichts rückgängig gemacht worden ist. Jetzt sehen Sie allerdings das Problem von Dämmung und von Energiesparen einfach nur unter dem Kostenaspekt. Andererseits muss man aber auch sehen, ein Drittel des gesamten deutschen Energieverbrauchs kommt vom Gebäudesektor. Zwei Drittel der Wohnhäuser in Deutschland stammen aus der Zeit, als es überhaupt gar keine Energiesparregeln gab. So kann es doch auch nicht weitergehen. Nein, es kann so nicht weitergehen und es soll so nicht weitergehen. Aber man sieht das ja gut an diesem Beispiel EH40-Haus. Das wäre ja ein sehr, sehr niedriger Energiestandard, der dann notwendig ist, wenn man tatsächlich mit fossilen Brennstoffen heizt. Jetzt haben wir aber die Situation, dass wir ja umsteigen auf erneuerbare Energien und dann ist ein derart niedriger Standard überhaupt nicht erforderlich. Denn man heizt ja mit erneuerbaren Energien und dann passt auch ein EH55-Haus. Dann gucken wir doch jetzt mal, was eigentlich die Probleme Ihrer Branche sind. Der Kanzler hat gesagt, laut Handelsblatt, die Zinsen seien nicht das Problem. Zitat Olaf Scholz. 4% Zinsen. Leute, im Westen sind 1972 700.000 Wohnungen gebaut worden. Wisst ihr, wie hoch die Zinsen damals waren? fragte der Kanzler und gab die Antwort dann gleich selbst. 9,5%. Ja, da blendet der Kanzler allerdings einiges aus. Und das ist ja gerade die fehlende Realität, die wir ihm hier vorwerfen. Der Bau war damals wesentlich günstiger. Es gab wesentlich weniger Bauvorschriften. Das heißt, die Bürgerinnen und Bürger mussten auch wesentlich geringere Kredite aufnehmen. Und dann mögen ein paar mehr Zinsen auch zu stemmen gewesen sein. Aber heute haben wir derart große finanzielle Belastungen, dass wir sehen, dass für breite Teile der Mittelschicht der Erwerb von Wohneigentum nicht mehr möglich ist, auch Bauen nicht mehr möglich ist. Und das gipfelt ja letztlich darin, dass wir in den vergangenen Jahren tatsächlich ein Absinken der Wohneigentumsquote haben, weil immer weniger Menschen in der Lage sind, sich den Traum von den eigenen Verwendungen zu erfüllen. Umgekehrt haben die drei größten privaten Wohnungsbaugesellschaften in Deutschland, die haben zwar aktuell überwiegend Verluste, aber in all den Vorjahren, über viele Jahre hinweg, riesige Gewinne gemacht, immer wieder, Milliarden. Vonovia hat so viel Geld, dass sie kräftig eingekauft haben, auch im Ausland. Sollten die nicht auch eine Krise überstehen, ohne immer gleich nach Geld der Steuerzahler, also von uns allen, zu rufen? Ja, da bin ich durchaus bei Ihnen. Ich sehe es natürlich aus der Sicht der Bürgerinnen und Bürger in diesem Land. Naja, aus der Sicht der Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer. Und die haben ja auch von steigenden Mieten profitiert und profitieren aktuell immer noch. Selbstverständlich. Wer vermietet, hat in Teilen auch steigende Mieten. Allerdings sind zum Beispiel die Kosten für Handwerker wesentlich stärker gestiegen als die Mieten. Auch die Reallöhne sind in den meisten Städten, auch in Berlin, München und Hamburg, stärker gestiegen als die Mieten. Und man sieht eben auch an den relativ geringen Durchschnittsmieten, dass viele private Vermieter sich überaus sozial verhalten und nicht alle haben da ein Polster erwirtschaften können. Und zumal ja auch viele in den letzten Jahren erst gebaut und gekauft haben. Aber nochmal die Frage, sollte man, wenn man in den Vorjahren gut verdient hat, nicht auch über eine Durststrecke aus eigenen Mitteln erstmal hinwegkommen können? Natürlich. In dieser Phase sind wir ja auch. Und wir fordern ja auch nicht, dass wir jetzt hier eine Unterstützung für private Vermieterinnen und Vermieter haben wollen. Sondern wir fordern lediglich, dass die Rahmenbedingungen so gestaltet werden, dass Vermieten sich auf Dauer und langfristig finanziell lohnt. Und dass wir nicht das erleben, was wir auf dem deutschen Wohnungsmarkt sehen, dass überwiegend Unternehmen Wohnungen derzeit kaufen, die diese handeln wollen, die diese veräußern wollen, die spekulieren wollen. Es wäre doch wichtig, dass die Menschen in diesem Land die Immobilien haben. Und zwar mit der Möglichkeit, sie lukrativ zu vermieten. Sagt Kai Warnecke, der vom Eigentümerverband Haus & Grund. Herr Warnecke, herzlichen Dank für das Gespräch heute live aus Berlin. Vielen Dank, Herr Sievers. Danke. Unser nächstes Thema, eine Win-Win-Situation. So hätten viele die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Europa und China in den vergangenen Jahrzehnten gesehen. Das könne jetzt zu einer Loose-Lose-Dynamik werden, sagt der für den Außenhandel zuständige EU-Kommissar. Und er sagt es nicht irgendwo, sondern in Peking. Der Besuch aus Brüssel hielt sich also nicht lange mit Höflichkeiten auf. Denn einerseits ist der EU-China-Handel wichtiger denn je, andererseits immer stärker politisch aufgeladen und befrachtet mit Fragen und Befürchtungen. Florian Neuhand. Nehmen wir zwei Elektroautos. Ein chinesisches und ein deutsches. In den Werbespots ähnlich angepriesen, in der Leistung vergleichbar. Nur beim Preis ein klitzekleiner Unterschied. Hier der ID.3 von Volkswagen für 39.990 Euro. Dort der MG4, das vergleichbare chinesische Modell, nur 31.990 Euro. Die chinesischen Autobauer verfolgen eine sehr ambitionierte Wachstumsstrategie. Die wollen hier schnell Marktanteile in Europa generieren, bieten da ihre Fahrzeuge zu diesen günstigeren Preisen an. Chinesische Elektroautos überschwemmen Europa. Es ist ein Horrorszenario, das die EU-Kommission an die Wand malt. Aktuell kommen zwar nur 8% der in Europa verkauften Elektroautos aus China. 2020 aber waren es noch quasi null. Und in zwei Jahren, sagt die Behörde, könnten es doppelt so viele sein wie heute. Weil China, so der Verdacht, die Autos mit hohen Subventionen unfair auf Europas Markt drücke. Auch darüber redet Europas Handelskommissar heute in Peking. Die EU begrüßt Wettbewerb. Er macht unsere Unternehmen stärker und innovativer. Allerdings muss der Wettbewerb fair sein. Und gegen Unfairness werden wir jetzt selbstbewusster vorgehen. Zum Beispiel mit einer offiziellen Untersuchung der chinesischen E-Auto-Subventionen. An deren Ende könnte man Strafzölle verhängen. Also nicht wie aktuell 10%, sondern eher wie die USA fast das Dreifache. Für manche klingt eher das wie ein Horrorszenario. Die deutsche Industrie und nicht nur die Autoindustrie ist von Exporten abhängig. Über 70% unserer Arbeitsplätze hängen am Export. Das heißt, Maßnahmen wie Zölle können zu Gegenmaßnahmen führen. Es ist diese Drohung, die der Gastgeber heute in Peking nicht direkt ausspricht. Aber die auch in chinesisch-freundlicher Form mitschwingt. Wir haben unsere große Sorge und Unzufriedenheit über die Subventionsuntersuchung zum Ausdruck gebracht. Wir hoffen, dass die EU Vorsicht walten lässt und ihren Markt offen hält. Europa will sich wehren. Idealerweise ohne sich ins eigene Fleisch zu schneiden. So, jetzt bei uns Duhana mit der weiteren Weltlage. Die Ukraine hat nach eigenen Angaben den Kommandeur der russischen Schwarzmeerflotte getötet. Er soll bereits am Freitag bei einem drohenden Angriff auf das Hauptquartier der Flotte in Sevastopol ums Leben gekommen sein. Insgesamt seien 34 russische Offiziere getötet worden. Von russischer Seite gibt es dazu bisher keine Bestätigung. Russland griff in der Nacht unterdessen ein weiteres Mal die Hafenstadt Odessa an. Laut Ukraine wurden dabei unter anderem ein Hotel und der Hafen getroffen. Mindestens zwei Menschen seien ums Leben gekommen. Laut dem ukrainischen Präsidenten Zelensky sind die ersten US-Kampfpanzer vom Typ Abrams in der Ukraine angekommen. Ende Januar hatten die Vereinigten Staaten Kiew nach langem Zögern die Lieferung von insgesamt 31 Abrams-Panzern zugesagt. Zeitgleich kündigte dann auch Deutschland an, Leopard zwei Panzer bereitzustellen. Verteidigungsminister Pistorius sieht trotz der Ankündigung Frankreich, seine Truppen aus Niger abzuziehen. Aktuell keinen Handlungsbedarf mit Blick auf die Bundeswehr vor Ort. Man habe die Sicherheit im Auge, fügte er hinzu. Gestern Abend hatte der französische Präsident Macron den Abzug aller 1500 französischen Soldatinnen und Soldaten angekündigt. Deutschland hat aktuell rund 100 Soldaten in dem westafrikanischen Land stationiert. Vor knapp zwei Monaten hatte sich das Militär in Niger an die Macht geputscht. Der baden-württembergische Vizeregierungschef Strobl hat seinen Rückzug vom CDU-Landesvorsitz angekündigt. Beim Landesparteitag im November werde er auf eine erneute Kandidatur verzichten. Strobl ist seit 2011 Landesvorsitzender. Seine Ämter als Innenminister und stellvertretender Regierungschef will er behalten. Als möglicher Nachfolger nannte Strobl den Vorsitzenden der CDU-Fraktion im baden-württembergischen Landtag Manuel Hagel. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Betzing hat mit Blick auf die Missbrauchsvorwürfe gegen den verstorbenen Essener Kardinal Hengsbach von einer neuen Qualität gesprochen. Es würden sich offensichtlich weitere Betroffene melden, was den Verdacht erhärte, sagte Betzing zum Auftakt der Herbstvollversammlung der Bischöfe. Derweil ist heute früh ein Denkmal Hengsbachs vor dem Essener Dom abgebaut worden. Hengsbach ist als Kardinal der bisher ranghöchste Kleriker in Deutschland, dem Missbrauchstaten vorgeworfen werden. Krieg und Krisengebiete, Orte, an denen Menschen ihre Heimat verlassen, hat diese Welt wahrlich genug. Sie hat jetzt dennoch einen neuen Brennpunkt, der schon länger brodelt, aber jetzt so gefährliche Ausmaße annimmt, dass die Folgen weit über die Region spürbar werden. Heute wieder heftige Demonstrationen vor dem abgesperrten Regierungssitz in der armenischen Hauptstadt Eriwan. Gegen den Regierungschef dort, der mit einer militärischen Niederlage klarkommen muss und einer Welle von Flüchtlingen. Er hat sich in letzter Zeit gen Westen orientiert, traf heute eine Delegation aus den USA. Auf der Karte, die wir jetzt sehen, wird klarer, was bisher geschah. Seit Sowjetzeiten streiten die ehemaligen Sowjetrepubliken Armenien und Aserbaidschan um die Kaukasusregion Bergkarabach. International gilt sie als Teil Aserbaidschans. Es leben dort aber mehrheitlich Armenier und die hatten auch die Kontrolle. Bis letzte Woche, als Aserbaidschan Stellungen armenischer Separatisten angriff und sie besiegte. Und jetzt fliehen sie zu Tausenden aus Bergkarabach Richtung Mutterland, Richtung Armenien und sagen, es war ein Albtraum. Nina Nibagal ist auf der armenischen Seite der Grenze. So sieht es aus, wenn ein Leben in ein Auto passen muss. Fladek und seine Familie wollten so schnell wie möglich Bergkarabach verlassen. Sie sind zu elft in einem Pkw und froh, dass sie es hier nach Gores Armenien geschafft haben. Wir haben nur das hier mitgebracht. Wir haben alles zurückgelassen. Alles. Ein dreistöckiges Haus mit Schweinen, Hühnern. Einfach alles. Szenen wie diese gab es heute hundertfach. Seit gestern dürfen die Menschen Bergkarabach verlassen, lässt Aserbaidschan sie raus. Es musste schnell gehen. Manche haben nicht mehr dabei als zwei Plastiktüten. Wir haben unser Zuhause verloren. Den Ort, an dem wir gelebt haben. Unser Bergkarabach. Wir gehören zu Armenien. Auch hier ist unsere Heimat. Aber warum nur demütigen sie uns so? Warum greift die Welt nicht ein? Ihre Trauer mischt sich mit Wut. Viele hier fühlen sich vertrieben von Aserbaidschan, dem Erzfeind, der vergangene Woche ihre Heimat angegriffen hat und jetzt dort die Herrschaft übernommen hat. Am Mittag der Grenzübergang zwischen Armenien und Aserbaidschan. Hier sollen heute mehr als 6000 Flüchtlinge aus Bergkarabach angekommen sein. Auf der anderen Seite der Grenze lange Staus. Tausende, womöglich Zehntausende, die sich auf den Weg gemacht haben. Im Zentrum von Bergkarabach zeigen nur noch wenige, was dort vor sich geht. Aserbaidschan lässt schon seit Monaten kaum Lebensmittellieferungen in die abgeriegelte Region. Sie haben wenig Benzin, wenig zu essen. Die Müllabfuhr kommt nicht mehr. Und Aserbaidschan lässt auch jetzt nur wenige Hilfsgüter durch. Zurück in Armenien bei Vladek und den anderen Flüchtlingen. Sie fürchteten, dass in ihrer Heimat alles noch schlimmer wird, Aserbaidschan ihnen jegliche Rechte rauben würde. Auch, dass die aserbaidschanische Armee ihnen etwas antun könnte. Die Wunden sind nach mehreren Kriegen tief. Es ist einfach unmöglich. Wir würden niemals zurechtkommen mit ihnen. Wir können uns das überhaupt nicht vorstellen. Bleiben war keine Option, so sehen das viele hier. Vorerst werden sie nun im Theater der Stadt Gores versorgt. Wie es danach weitergeht, das weiß hier wohl kaum jemand. Eine wichtige Rolle spielt Russland bei alledem. Langjährige Schutzmacht von Armenien. Das aber heute auffällt mit drohenden Worten in Richtung der armenischen Regierung. Amin Körper ist unser Korrespondent in Russland. Amin, guten Abend. Die Menschen, wir haben es gerade gesehen, sie fliehen mit dem Wenigen, was sie am Leibe tragen, weil sie Angst haben vor der Zukunft unter aserbaidschanischer Herrschaft. Will Russland den Armeniern jetzt nicht mehr helfen oder kann es das nicht? Ich denke, Russland hat entschieden, den Armeniern nicht zu helfen. Und wahrscheinlich erscheinen ihnen einfach die Gegner Armeniens, nämlich Türkei und Aserbaidschan, im Moment nützlicher. Armeniens Regierungschef Nikol Pashinyan hat gestern eine neue Linie in der Sicherheits- und Außenpolitik seines Landes vorgegeben. Er hat die Allianz mit Russland als nutzlos bezeichnet und hat gesagt, das Land sucht neue Partner im Westen. Russlands Außenminister Lavrov hat darauf heute prompt geantwortet. Er hat Pashinyan als unfähig und unzuverlässig bezeichnet, als einen Mann, der schon die ganze Zeit mit dem Westen geflirtet hätte. Bei all dem darf man eins nicht falsch verstehen. Der Kreml hat heute Armeniens Regierungschef Pashinyan final fallen gelassen. Das heißt aber noch lange nicht, dass er das Land Armenien aus der Umarmung freilässt. Armin, das ist sehr interessant, was du da gerade sagst. Und da könnte man ja durchaus auch ein paar Parallelen zur Ukraine sehen. Was ist denn die Langfriststrategie von Präsident Putin? Also ganz konkret, ist denkbar, dass er versuchen könnte, Armenien die Unabhängigkeit zu nehmen? Also ich bin mir sicher, dass das, was da jetzt in Bergkarabach passiert ist, alles unter Beteiligung des Kreml passiert ist, die Planung und vor allem das Timing. Es ist kein Zufall, dass die Ereignisse in Karabach eskaliert sind, genau als der Ukrainer Selenskyj vor den Vereinten Nationen in New York die Welt um militärische Hilfe angerufen hat. Es kann sein, dass Präsident Putin einfach die Aufmerksamkeit von der Ukraine ablenken wollte. Es kann aber auch sein, dass er den Westen warnen wollte. Seteas gibt noch andere Krisenregionen in der Region und auch die könnten militärische Hilfe von euch haben wollen. Das wissen wir nicht. Fest steht, dass Armeniens Premier Pashinyan einen ähnlichen Zickzackkurs gefahren hat, wie es die politischen Führer der Ukraine in der Vergangenheit auch getan haben. Einen Zickzackkurs zwischen Ost und West. Er hat sich sicherheitspolitisch in den Armen des Kreml gewiegt und gleichzeitig von dort mit dem Westen geflirtet. Dass das ein gefährliches Spiel ist, hat der Kreml einmal mehr gezeigt. Wie weit man jetzt mit dieser Demonstration gehen kann und will, das weiß heute Abend außerhalb der roten Kreml-Mauern hinter mir wahrscheinlich niemand. Interessante Analyse, Armin. Herzlichen Dank dafür. Und dann noch diese Meldung zum Thema, die seit einigen Minuten bestätigt ist. Meldung aus Bergkarabach. Danach ist bei einer Explosion in einem Treibstoffdepot nach Angaben lokaler Stellen sind mindestens 200 Menschen verletzt worden sein. Auch von Toten ist die Rede. Viele Menschen sollen dort auf Benzin für ihre Flucht gewartet haben. Was die Explosion auslöste, ist im Moment noch unklar. So viel zu diesem wichtigen Thema heute Abend. Und jetzt nochmal du, Hanna. Nicht nur der deutsche Wohnungsbau war heute Thema eines Gipfels. Auch die deutsche Luftverkehrsbranche traf sich heute mit dem Kanzler. Zentrale Frage dabei, wie kann die Luftfahrt klimaneutral werden? Denn Valerie Haller, konnte der Gipfel dazu heute konkrete Antworten liefern? Also konkret ist vor allem das Ziel. Bis 2045 soll Deutschland klimaneutral sein, Luftfahrt inklusive. Und davon abgesehen gab es heute im Prinzip wenig Konkretes. Bundeskanzler Scholz betont, er sieht Deutschland als Vorreiter beim Ziel, in wenigen Jahren klimaneutral zu fliegen. Einiges ist schon in der Pipeline. Wasserstoffbetriebene Flugzeuge beispielsweise, aber die gibt es noch nicht in Serie. Klimaneutrale Kraftstoffe, die sind jedoch nur in homöopathischer Dosis verfügbar und sehr teuer. Die Bundesregierung hat der Luftfahrt ihre Unterstützung bei der Forschung zugesagt. Und sie will sich für einheitliche Umweltstandards einsetzen. Deutlich wurden heute aber auch die Befürchtungen innerhalb der Branche. Wie sehen die aus? Also eine Sorge der Luftfahrt sind diese unterschiedlichen Umweltauflagen. In Ländern außerhalb Europas müssen Airlines beispielsweise weit weniger des teuren nachhaltigen Treibstoffs beimischen. Das spielt internationalen Fluglinien wie Turkish Airlines und internationalen Drehkreuzen in die Hände, die dadurch günstigere Angebote machen können. Anbeklagt wurden auch die hohen Steuern und Gebühren in Deutschland. Ja, und die Forderung, die Luftverkehrssteuer zur Förderung neuer Kraftstoffe zu verwenden, die stieß auf Taube Ohren. Scholz verwies lieber auf die hohen Gewinne, die die Lufthansa nach Corona wieder erwarte. Vielen Dank, Valerie. Nach Frankfurt. Die EU-Kommission will den Verkauf von Mikroplastik in der Europäischen Union schrittweise verbieten. Davon betroffen sind auch Produkte, die mit Mikroplastik versetzt wurden und die Partikel bei der Verwendung freisetzen. So zum Beispiel Waschmittel, Dünger, Medikamente oder Kosmetika. Einige der Maßnahmen sollen bereits am 15. Oktober greifen. Durch das Verbot will die EU die Verschmutzung der Umwelt reduzieren. Die Spiele der Fußball-Nationalmannschaften von Frauen und Männern werden auch in den kommenden Jahren live bei ZDF und ARD zu sehen sein. Darauf haben sich die beiden Sender mit UEFA und DFB geeinigt. Konkret wurden bei den Männern die Medienrechte für 30 Länderspiele bis 2028 erworben. Bei den Frauen sind es alle Länderspiele bis 2027. Darunter die Nations League und die Vorbereitungs- und Qualifikationsspiele für WM und EM. Die deutsche Rodlerin Nathalie Geisenberger hat das Ende ihrer sportlichen Ausnahmekarriere bekannt gegeben. Mit sechs olympischen Goldmedaillen ist die 35-Jährige die erfolgreichste deutsche Winter-Olympia-Teilnehmerin der Geschichte. Zudem war die gebürtige Münchnerin neunmal Welt- und siebenmal Europameisterin. Ihr Weltcup-Debüt gab Geisenberger 2007 in Altenberg und gewann seither achtmal den Gesamt-Weltcup. Das ist ein Roman für lange Gespräche. So schön steht es in der Begründung für den Deutschen Buchpreis. Die Geschichte einer Frau, die nach dem Zweiten Weltkrieg scheinbar grundlos ihren kleinen Sohn an einem Bahnhof in der Provinz zurücklässt und einfach geht. Das Buch »Die Mittagsfrau« ist alles andere als leichter Stoff zum mal eben nebenbei lesen. Es wurde ein Bestseller über eine Million Mal verkauft. Der Film »Die Mittagsfrau« kommt jetzt bundesweit in die Kinos mehr als 15 Jahre später. Und will das auch schaffen, eine Geschichte erzählen, die bleibt. Nadja Nasser. Wo soll sie leben? Wo soll sie leben? Für die freigeistige Helene ist es wie das Paradies. Und jetzt kommen die Haare ab. Das Berlin der wilden 20er Jahre. Sie hat große Pläne, will Medizin studieren, Ärztin werden. Und sie verliebt sich. In den sensiblen linksintellektuellen Karl. Aber es ist nicht von Dauer. Karl wird den Widerstand gegen die stärker werdenden Nationalsozialisten mit dem Leben bezahlen. Letzte Momente des Glücks. Mein Erster und mein Letzter wirst du sein. Helene ist zu Anfang, als wir sie kennenlernen, eine offene, neugierige junge Frau, die ins Leben sich reinbeißen möchte. Und dann aber durch die historischen Ereignisse wird sie immer mehr eingesperrt. Nach der Machtergreifung der Nazis muss Helene verheimlichen, dass sie sogenannte Halbjüdin ist. Schwester, könnten Sie meinen Puls fühlen? Parteisoldat Wilhelm verliebt sich trotzdem in sie. Ich kann dir eine Ahnung was besorgen. Und verschafft ihr eine neue Identität. Sie heiraten, aber die Ehe mit Wilhelm wird zum brutalen Albtraum. Als sie Mutter wird, wird alles nur noch schlimmer. Wie sieht es denn hier aus? Sie kann zu dem Kind keine Beziehung aufbauen. Während Wilhelm immer herrischer wird. Was bist du denn für eine Mutter? Kann ich mein Kind von Beginn an lieben zum Beispiel? Was ist eine Depression als Mutter? Was passiert, wenn du aufgrund einer Gewalttat schwanger bist und dieses Kind ihm deswegen nicht annehmen kannst? Das sind ganz spannende Fragen, auch wirklich tabubrechende Fragen. Jahre später. Vater sagt, dass du ein blindes Herz hast. Aber das glaube ich nicht. Wilhelm hat Helene verlassen. Sie kümmert sich alleine um Sohn Peter. Schwer traumatisiert wünscht sie sich ein selbstbestimmtes Leben zurück. Ohne Kind, dem sie nicht genug Liebe geben kann. Die Geschichte ist angelehnt an die Familienbiografie der Romanautorin Julia Frank. Ihr Vater wurde als Kind nach Kriegsende von seiner Mutter zurückgelassen. Es gilt als das Skandalöseste überhaupt, ein Kind auszusetzen, ein Kind freizugeben, wie es sicherlich seine Mutter empfunden hat. Aber in diesen Zeiten nach dem Krieg, nach Kriegen, dass Mütter glauben, ihre Kinder wachsen überall anders besser auf als bei ihnen. Die Mittagsfrau ist ein großartiger, bewegender Film. Mutter! Sensibel erzählt er von der zerstörerischen Macht von Trauma, Gewalt und Krieg. Absolut sehenswert. Mutter, warum bist du weg? Ja, alles andere als ein beschwingter Filmtipp, aber ein wichtiger. Und wir sagen damit, danke für Ihr Interesse. Und empfehlen Ihnen noch unser heute-Journal-Update gegen 0.10 Uhr mit Christopher Wehrmann. Und von uns allen hier einen angenehmen Abend. Tschüss. Tschüss. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. In Griechenland hat sich schon wieder ein Tief festgesetzt. Und das bringt hier große Regen mit sich. Und es tief nutzt wieder die Wärme des Mittelmeers. Und so gibt es hier Regenmengen von gut 200 Liter auf den Quadratmeter in den nächsten Tagen. Ansonsten herrscht hoher Luftdruck und so steigen die Temperaturen wieder weiter an. In der Nacht gibt es erstmal Nebel. Da kann örtlich schon mal dichter sein. Teilweise funkeln die Sterne nach Norden hin. Sind die Wolken allerdings auch mal kompakter. Bei tiefsten Temperaturen von 2 bis 3 Grad hier, also schon deutlich kälter. 11 bis 12 Grad an den Küsten. Ja, und morgen gibt es erstmal viel Sonnenschein. Von der Früh weg. Örtlich muss sich der Nebel noch auflösen. Am längsten dauert das hier im Südosten. Und dann kommt aber auch hier die Sonne hervor. Und die Temperaturen steigen auf 25 bis 27 Grad im Osten. Hier also schon mal ein Sommertag. Ansonsten liegen wir knapp darunter. Aber insgesamt ist das schon relativ warm. Morgen 20 Grad am Alpenrand. Hier ist es am kühlsten. Die nächsten Tage, die Sonne bleibt uns meisterhalten. Erstmal muss sich der Nebel auflösen. 20 bis 27 Grad am Mittwoch. Donnerstag ähnliche Temperaturen. Weiter Nebel. Und Freitag gibt es hier und da einzelne Schauer, die durchziehen. Temperaturen ähnlich bei 19 bis 27 Grad. Und damit wünsche ich Ihnen einen schönen Abend.